Fortnite. Bekannt für Battle Royale, coole Tänze und tausende Spielmodi. Und meine Freunde und ich haben uns heute den besten Spielmodus von allen rausgesucht. Prophunt. A.K.A. Tane dich als Gegenstand, verstecke dich und bete, dass du nicht gefunden wirst. Ansonsten, lauf um dein Leben. Ich wünsche euch viel Spaß mit der chaotischsten Fortnite Prophunt-Runde. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Schon läuft. Klappe 1, die erste. Klappe 1, let's fucking go. Ja. Ist jeder da? Klappe 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann startet er. Ist er irgendwie 6 von 30. Er ist mir egal. Alter, der ist süß, wie er so zählt. Eins hat er alle da. Jonas und ich. Geht weg, Hunter. Tschüss. So, okay, was werde ich jetzt? Ah, ich hab vorhin was geiles gefügt, aber ich weiß noch, wo es ist. Irgendwas so richtig offensichtliches, einfach nur... Quats papen, Jonas. Will it up. Ey, Jonas, du siehst so krass aus. Ey, was machst du diese Queech-Ente? Das funktioniert, ja. Das ist so gut. Das ist so gut. Fix, fix, fix. Das rallt niemand. Das rallt niemand. Okay, let's go. Stimmt der Busch neben uns. Ja, aber wie sieht das aus, wenn man hittet? Äh, kriegst du halt den Schaden angezeigt, wie im Game auch. Ah, okay. Bap. 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 Gib lieb. Ja. Gividade. Nein. Hahaha, Scheiße. Weg mit dir, Yannik. Nice. Softie hat gesagt, er ist so offensichtlich versteckt, wenn er eine Wiki überlebt, ist er dasЖ성. Nein, ich wurde entdeckt. Nein, ich renne weg. Ich renne weg. Hilfe. Ich bin in der Box. Also, irgendwo hier drin ist da. Irgendwo hängt das auf jeden Fall. Ich bin versteckt. Ja, ja. Hallo. Hi. Oh, ich würd's gefunden. Es ist zu easy. Oh, ja, das muss gehen, ne? Ja, tschau. Das ist zu easy. Habt ihr? Ja, ja. Oh, wie geil. Sehr gut. Okay, nur noch Danny. Alles auf die. Hallo. Danny war anscheinend vorher ein Hydrant. Und jetzt? Zeig nicht mehr. Okay, wieder leise. Objektpingen. Ne. Ne. Okay, wir haben noch 30 Sekunden. Nur so by the way. Ah, lol. Oh. Okay, ping. Ne, ne. Gar nix. Ey, Sven. Die ganze Zeit los. Ist das schon disconnected, oder? Ja, ja. Keine Lust, mein Gott. Einfach rausgehen. Fünf Sekunden. Ey, wo? Oh mein Gott. Wo? Wie? Wo? Wo warst du? Ey. Ey. Zui. Ja, ha, ha. Zui, alle blind. Guck, guck. So gut bin ich jetzt auch nicht. Also ihr schmeichelt's mir her. Die Chance wollen wir den ja auch lassen. Alter, wir haben uns verteilt und niemand hat einen Pin gehört. Wo warst du, Danny? Ey, ich war ganz, ihr wart so zu dritt um mich herum. Und ich war voll, ich war eine, ich war eine Kassa. Wow. Wer ist searching, man? Ein, ein, ein. Danni, danni und softi. Ey, Baby. Schon bereit ein bisschen hier Gegenstände zu kennen? Ich hör hier schon, die sind direkt hinter uns. Oh, die denken wir ganz smart, wenn die sich direkt hinter uns verstecken, ne? Ich hör, dass sich ja einer sich versteckt, ne? Sonst sollen wir es so tun, als würden wir den nicht sehen und dann drehen wir uns beide um. Ich würd sagen, wir gehen außen rum, tun so, als würden wir den nicht sehen und dann tüten wir den einfach. Komm, komm, jetzt gehen wir beide außen rum. Und jetzt tun wir so, als würden wir den nicht sehen. Und dann, ich sag mal so, als würden wir den nicht sehen. Und dann, ich glaub, ich glaub, es ist der, oder? Der Busch da? Der Busch? Ja, ja, der ist es, der ist! Okay, okay, drei, zwei, warte, 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 warte. Ich tante aber auch. Ey, ey, check mal den Busch. Ja, ja, ja. Noch ein Anachsen. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab's grad nicht gecheckt, dass der der Busch war, ich tante so. Habt ihr die Steps gesehen? Ja, ja. Oh, no. Neioio. Wir sind auf drei, drehen wir uns aynı. Geh einfach direkt nach hinten. Bin ich sneaky. Und dann sind wir ek- gut, ich hab' halt direkt dahinten. hier ist nichts warum sind hier so viele menschen können die nicht einfach weg gehen oh mein gott es sind drei leute können jetzt mal können die bitte einfach mal wo bist du wo geht der keller unter Hast du noch Tanzgranaten? Ja! Geht tanz! Tanz für uns! Tanz für uns! Oh, wie geil! Hey Corb, ich fand das Versteck so gut! Ist ja eh nicht schlecht! Ja mein Ping, weil aber auch ihr drei die ganze Zeit nur an meinem Arsch geklebt seid. Ich habe die ganze Zeit drei Steps auf meinem Spielen gesehen. Ich war so, geht doch mal woanders hin! Ey, wo sind die denn? Nee, das bin ich eh nicht. Ach, Chris, du bist doch jetzt zu zweit. Du siehst dich auch noch mit zu mir. Ja, ja, ganz knapp hast du mich verfehlt. Ganz knapp. Aber wenn ich Steps sehe... Ach Danny, nee, ich bin das andere Auto. Hä, Danny schießt aufs Auto neben mir, aber nicht nicht. Ja, Chris, du hast es auch, ne? Oh, das ist schlecht. Tschüss! Ausgehört. Alter, wie close! Nee, ich habe es gar nicht gehört. Oh mein Gott, der Chris muss jetzt... Oh mein Gott, die machen jetzt so Hellhunting auf mich. Ich habe hier nichts gehört. Nein, Chris, nein, Rennen, einfach alles gut, ich bin hier nicht. Ach, hallo, hi Chris! Ja, schön, dass du amibot bist. Okay, leise. Ach, Daniel und Chris rennen die ganze Zeit vor mir rum. Ach, Chris, schön. Das ist der andere Auto. Nee, ich bin hier unten. Oh, ja, stimmt. Ich höre was. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich was höre. Ich bin ja zumal kurz dement geworden. Oh Gott, hier laufen alle Leute um mich rum. Das ist unglaublich. Ich scheiße mich ein, Mann. Das ist wirklich, wenn wir... Hä? Hä? Dinger. Ach, Junge. Dinger. Luna schaut auch mal bei mir vorbei. Hallo. Hier bin ich. Nee, das ist... Wir machen hier alles kaputt, aber... Irgendwie, dieser Entschuld, der chillt hier. Aber so aufs Auto schießen oder so wollt ihr auch nicht, ne? Ihr habt nicht so... Unendlich wie nicht gesehen. Ey. Ich schätze. Das gibt's doch nicht. 50 Sekunden. Doch, doch. 43 Sekunden, ey. Wenn das funktioniert. Aha, wir haben uns selbst geküscht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab was. Oh mein Gott. Ich hab was. Ja. Alter, Janik ist immer gut. Nein. Na gut. Wiederholen und gewonnen. Alter, Janik. Hier, Leute. Um mich rum. Janik ist einfach... Too strong. Ich hab mir die ganze Zeit gehört. Ja, weil... Ich war dieses... Ich war das Lieder in der Auto, was dort mitten da bräuchlich gestand. Du warst dein Auto. Oh nein. Ihr seid alle über mir, auf mir, neben mir, rumgegangen. Nein. Geil. Nein, 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 nein. Oh, okay, Softy, let's go. Ich hör schon Steps. Ja. Gleich gibt's wieder ein schönes Intro. HAH! Was? Was? Hä? Was ist das denn? Ja, ich glaube, es gibt drei Hunter die Runde. Das ist fantastisch. Er hat sich an die Tür dran gestellt und ich hab durch die Tür auf Schwarz geschossen und hab getroffen. Was ist das? Lauf uns zu für uns. Was ist das denn? Hallo, ich bin jetzt der dritte Hunter mit, ne? Warum? Hab irgendwie getroffen. Echt jetzt? Ja, ich hab durch Wände geschossen und hab ihn getroffen. Hast du ihn nicht mitbekommen? Ne. Guck mal, da ist er. Da ist er. Hallo. Da ist er. Jawohl. 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 Jetzt sind wir schon mal zu dritt. Das ist immer. Zu schnell kurz geht. Was? Warum sind alle so leise? Weil die hier direkt vor mir rumlaufen. Junge, ich bin ein fucking Bus und Luna rennt an mir vorbei während es neben mir pingt. Achtung, pingt. Deswegen bin ich so leise, ich hab mich grad eingeschissen. Nix ping. Nix ping. Oh nix ping. Oh je. Oh nein. Ich tu einfach so, als wäre ich ein Maid von dir. Ah, moin. Nice. Das läuft durch. Ich dachte. Als er einfach in seiner menschlichen Formel rumgerannt hat. Ah ja, stark. Mittag. Ey Janik, ich dachte, du glaubst, ich bin einfach ein Maid von dir. Super. Wir müssen gewinnen. Hallo. Easy. Easy. Ich bin ein riesen. Warum, warum, warum löst ich meine Tabel auf? Super, bei Jonas. Also wenn mich jetzt keiner gesehen hat. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Oh. Da ist Jonas. Stepp. Da ist Jonas. Da ist Jonas. Hallo Jonas. Tanzparty. Ja. Tanzparty bei Jonas. Tanzparty. Nein. Ich hab mich geboren. Wo ist er? Wo ist er? Nein. Ich werd so sterben. Ich hab'n Pink hier gehört. Ich hab'n Pink hier gehört. Ja Bruder, die laufen hier von meinem Gesicht rum. Ist er der Baum? Ne, kein Baum. Nur du bist im Baum. Nur bist. Du bist der einzige Baum. Ja. Oh, hier. Oh, hier sind Steps. Da rennt ihr noch irgendwo. Oh, hier sind Steps. Da rennt ihr noch irgendwo. Hab'n Steps? Mein Gott. Sie sind hier bei mir. Sie sind in mir. Heilige Nacht. Heilige Nacht. Heilige Nacht. Schlaf, mein Kind. Schlaf, mein Kind. Schlaf jetzt ein. Warum bin ich größer? Groß und kräftig sein. Die schießen auf alles hier. Nein, 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 ich bin nicht hier. Hast du ernst, Barty? Let's go. Let's go, Softy. Und jetzt hat Wind. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Verarscht mich. Mach die hier. Oh, ping, 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 ping. Nein, ping, 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 ping. Er wollte weglaufen. Du hast wirklich geintet. Ey, ey, ey. Ihr findet mich nie. Ihr findet mich nie. Wie ist denn ein Kilo? Ey, wirst du das? Ich hab einen Ping eben gehört. Aber es wäre klar sein, dass es noch deiner war. Ich wollte gerade sagen, also. Zehen wir mal alle leise beim nächsten Ping. Pssch, 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 pssch. Ey, 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 ey. Ich hab nicht... Nee, ich hab auch nicht gehört. Bei den Bäumen. Wenn der nicht wieder so ein Schack ist. Ja, ja, da ist er drin. Da ist irgendwo hier drin. Oh, hast du hin? Nee, da war da drin, wo du halt gesagt hast. Mein Gott, ich sag nur Hexenmacht, wenn die mich jetzt finden und dann auf einmal Gas machen. Ich finde mir jetzt extrem obvious. Ey, Yannick. Einen wunderschönen guten Tag. Bist du ready? Oh ja, let's go. Wir beiden das letzte Mal Profis darin waren. Okay, machen wir mal leise. Oh, hast du das gehört? Wie rechts und links? Soll ich mal ganz dreist einfach vorne direkt bei denen sein? Ich bin direkt bei denen. Seht ihr ja den Apfel da in der Ecke? Moves. Also ist er nicht direkt bei uns. Oh, Jona ist tot! Geil, geil, geil. Der Apfel am Boden. Ach, ich bin auch. Der Apfel am Boden war es jetzt nicht. Oh, Mann. Nein! Was ist das? Was ist das? Oh, Mann. Da drückt man einmal auf obvious. Einmal will man obvious sein. Ey, Danny. Danny, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich wollte obvious sein. Never. Ich habe hier, hier, hier im großen Haus. Ich habe hier absoluten Ding. Na, ich auch. Ich komme jetzt raus. Oh, Mann. Da, da, da oben, Mann. Ja, oben. Ja, gut. Ich habe sie, ich habe sie. Nice. Ey, wir machen den richtigen Speed an. Ey, wir machen den richtigen Speed an. Oh, dann liegt es jetzt nur noch an mir. Weil ihr euch auch echt kacke versteckt habt. Oh, Mann. Was? Was? Oh, nein. Ich hatte mir so einen coolen Spot gesehen vorhin, aber ich habe den nicht mehr gefunden. Warum bist du eigentlich nicht aus dem Gas rausgelaufen? Oh, nein. Wieso schon? Das sieht man doch dann auch selbst. Das hätt ich nicht gefunden. Das habe ich nicht gemacht. Alles gut. Hey, Danny. Wie geht es dir in deinem Truck eigentlich? Der Rock. Der Rock. Das merke ich mir. Der Truck, der ist nicht gut? Ja, ja. Red nur so kurz. Du wirst es noch sehen. Where is he? Du 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 du. Pam, pam, pam. Oh, nein. Softie hat mir noch gesagt, er hat eine krasse Idee und er wollte es mir erzählen. Dann hat er gesagt, er erzählt es mir nicht. Nein! Hier, die Lampe, die Lampe, die Lampe. Holt die Lampe. Nein! Ich treff die nicht. Ich habe hier bestimmt 50 damage gemacht. Holt die Lampe. Holt die Lampe. Der ist ja drin. Oh, sie rennt hoch. Ich habe ihn. Der rennt hoch. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Sehe ich mal. Hast du ihn? Lauf, 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 lauf. Ey, wo ist er? Ey, Softie. Es gibt's nicht. Ey, wo ist er? Hallo. Ah, scheiße. Hier, hier, hier. Halter! Nein! Mein Gott. Ja! Ja! Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mi 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 mi. Halalalo. 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 Alter, Alex wird uns wieder schreiben, Ihr singt so viele nach Aufnahmen übelstressen. Alle, das ist beide nicht. Ja. So, sechs Leute sind drin. Rein da. Sind denn nur bei mir die Texturen so weird? Ja. Ja. Bei mir ist alles super. Ja, bei mir auch. Kein Stress. Achso, ich hatte ne Idee, was ich mache. Achja, ich weiß auch nicht, wo ich hin gehe. Da vorne. Oh. Schäfer ist rum. Das ist nie, Alter. Das nicht funktioniert. Ich hab so ein schönes. Das ist es einfach. Jonas, Baby. Let's... Let's go. Ich hab hier irgendwas steppen gehört. An uns vorbei. Ich merk schon, wie viel mehr hat gar keinen. Hauptsache, wir haben Spaß. Nein, wir sind Danny und Jonas sind unten. Ich hab hier einen Pin gehört. Ja. Ja, gegen. Warum? Warum? Zum zweiten Mal heute. Der zieht in die Nase weg. Junge, das versteckt war so gut. Warum? Hier in dem Haus ist noch einer. Warum? Als ob ihr das direkt mit einem Pin gehört habt. Ja. Hier in dem Haus ist einer. War einer. Schön. Okay. War me. Hi, Jonas. Nee, ich bin da draußen. Ich bin da draußen. Nee, du kannst dich nicht mehr. Ich hab auch keine Ahnung von wo oder was. Müsst du hier rauskommen. Ich hab glaub ich auch mittlerweile das Gefühl, dass ich haarlos hab oder so. Was ist das? Denn wir sind alle. Das ist krass. Oh mein Gott. Der war das Zaun. Das ist nur von einer Seite. Das sind von beiden Seiten. Hi. Ich hör dir alle schießen. Siehst du nicht zufällig? Ich hör sie alle rumballern. Siehst du nicht zufällig? Nein, ich seh dich nicht. Wo sind die schon wieder? Alter, Chris schreit schon wieder rum für 10, ne? Es ist echt. Es ist so. Stimmt, du hörst das hier. Ja, ich hör das im Teil durch die Wand, wenn er laut genug rumschreit. Wie kann ich überhaupt mit sowas durchkommen? Ich bin wirklich der größte Gegenstand. Und das auf nem Haus. Doch hier im Ping irgendwo. Ja, ja, ja. Ich bin echt voll verblöd. Oh mein Gott, wie dumm kann man sein? Hier ist ein Baum auf dem Dach. Nein. Weiß. Nee. Was kannst du keinem erzählen? Nein. 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 Das wird eh nicht gesehen. Ach nein. Ach schon, wie ist das? Wie kommt es, dass sie mich immer finden? Junge, da steht einfach ein riesen Baum auf dem Dach. Wie kommt der als Baum auf das Dach drauf? Sag mal, wie habt ihr mich denn gefunden? Dumm von uns. Jesus. Wie konntet ihr zweimal mit Hängegleiter mich nicht sehen? Als nächstes werde ich einfach in eine Toilette und stelle mich ins Wohnzimmer auf. Weil das ist ja nicht so. Hier, hier, hier bei mir. Ja, also bisher hat es zweimal bis zur Top 2 gereicht. Ja, auf jeden Fall besser als meine kleine, nice Barrel da unten. Ich wusste nicht mal, dass dieser Spot existiert. Und dann entstehen auf einmal riesen Liefen. Wenn hier Granaten reingeworfen werden, dass ich nicht getroffen werde. In dem Haus? Oh nein. Oh nein. Oh je, mini. Tanzparty? Ich hab fünf Boogie Woms. Wir können eine kleine Tanzparty machen. Oh je, mini. Also ich hab hier dreimal Pin gehört schon. Oh no no. Ich bin hier nicht. Das bin ich. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Ach, Jonas. Was ist das? Sag gut. Danny, wir haben so doch alle. Okay. Seeker Moven bitte wieder raus. Oh mein, oh mein Gott. Wenn das geht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm. Oh mein Gott. Okay. Bücherregal am Klo nicht so schlau. Ähm. Noch zehn Sekunden. Ähm. Also ich bin heller auffällig, aber. Ne, als wenn du, als bist du wie so eine Münze. Ja. Oh nein. Ich bin auch noch nicht versteckt. Ich bin auch noch nicht versteckt. Stopp. 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 Ich bin Wasserspender. Oh mein Gott. 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 Ich bin keine Münze mehr. Ich hör gar nichts. Ich hör keinen Ping. Gar nichts. Ich hör Chris durch die Wand schreien. Das ist alles, was ich hör. Das ist gut. Das ist gut. Mach weg. Mach weg. Mach's los. Janik lass los. Ne, ne, ne. Es lohnt sich nicht mehr. Lass es mir einfach. Ich spiel schon noch ein bisschen weiter. Oh je. Was mache ich, Mann? Oh je. Jonas, machst du das, der gerade da gelaufen ist? Oh. Das ist der Jonas. Mütze, 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 Mütze. Oh je. Da läuft der Wasserspender. Ich hab nichts gehört. Ich schreite die ganze Zeit rum, als wäre sonst irgendwas, Junge. Ja, ja, verstecken. Ey Mann, das ist noch immer ein Heidensiegel. Ist eigentlich schon irgendwer gestorben? Ne. Wir sind doch alle da. Wieso alle da? Ich sehe hier nichts. Kann doch nicht wahr sein. Die sollen mal hier vorbei rennen. Ich will mal sehen, ob die auf diese Münze aufpassen würden. Ich sehe nur Mülleimer vorbei rennen. Ja, das war nicht, was ich meinte. Der Wasserspender geht wieder auf Jagd. Dieser Wasserspender, der die Jahrzeit vor mir herläuft, Mann. Oh mein Gott. Wo? Mein Gott, hier läuft Softie. Softie ist hier. Softie ist hier. Nein. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Ja. Ja, genau. Oh, ich hab fehl. Ich hab fehl. Oder? Ja, natürlich bin ich wirklich ermordet. Jesus Christ. Ist ne Münze gewesen. Oh, wie smart. Oh mein Gott, wie schlau einfach. Oha. Du warst so gut. Nein. Wie schlau bist du denn? Oh shit. Ich bin gut. Tschüss guys. Ich hab ne Streak. Ja. Wen hast du gefunden? Oh geil. Ich hab mich einfach abgeschossen. Was warst du denn? Hey Softie. Softie. Softie, der Hund. Oh, Objektling, Objektling. Hey Softie. Hey Softie. Softie, was sagst du zu meinem Gegenstand? Let's gooo. Gegenstand? Das war banger. So schlau. Wo ist Yannick? Ey, ey. Achtung, wir haben Objektping. Achtung. Achtung, warte. Objektping. Psch, 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 psch. Leute. Ich hab noch keinen einzigen Objektping gehört in allen Runden. Keinen einzigen. Hä? Ich hab auch nur den von Chris gehört von den anderen zwei nicht. Ey, wo ist Yannick? Ey, wo ist Yannick? Ich hab jetzt noch ne Minute 33. Na ja, ich denk. Was machen wir dir als nächstes? Gerade sind wir schon als mobiler Wasserspender rumgelaufen. Ich denk, als nächstes wird's der mobile... Mobile Mülleimer. Ja, wobei, ne. Das hatten die ja schon. Schlecht. Lauf, Stopp Shit. Lauf. Lauf. Ich bin zu groß. Äh. Ich weiß nicht, ob ich hier runter darf. Loll. Das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. Ich bin die... Freiheitstatue von... Bananenhausen. Na, warte mal. Beginnen wir nachher ein bisschen auf... Auf Jagd. Auf Sucherjagd. Ich bin ne neue Anhängerkupplung. Ey, wo ist Yannick? Wo ist Yannick? Wo ist Yannick? Ey, Yannick, wo warst du denn? Ich war unten bei der Tankstelle. Ich hab mich als diese in der Banane wieder verwandeln, und hab mich als Anhängerkupplung getaunt. Bananen-Anhänger-Kupplung. Bananen-Anhänger-Kupplung, genau. Alter. Ich hab die jetzt eben blockiert, die eben drin waren. Also der, der nicht rausgehen wollte. Ist vielleicht ein bisschen hart, aber... Manchmal ist hart. Ja. That's what he is that. Ey, ich bin ne Banane, okay? Ich werde ein bisschen soft über die Zeit. Das stimmt. Kamera. Einfach Kamera. Großes K. Wie wird Kamera gestiegen? Hallo? Hallo, mit C? Mit H? Mit stummen H? Doppel M? Kamera. Oh mein Gott, einfach noch ein Blenario. Ist das die Echte? Nooo! Oh mein Gott, das ist die Echte! Oh mein Gott! Kannst du zu mir noch rauskommen? Der Danny-Mann. Der Danny-Mann. Scheiße. Ich bin heute voll Ranty drauf, ich weiß gar nicht warum. Ich merk schon. Heute? Ich bin ein Quietschen-Äntchen. Oh, ich hab was gehört. Hier drin, hier drin im großen Haus. Ja, 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 ja. Irgendwas Damage verkauft. Oh, da sind Steps. Weiter oben. Ach! Wer ist denn die Ente hier? Hallo? Oh mein Gott! Ja, da ist Chris. Er schreit da rum. Vielleicht, ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Oh, ich hab keinen Ping mehr gehört. Ich auch nicht, ich wusste. Kann doch nicht sein. War auch grad noch hier. Vielleicht hat er sich nicht bewegt, ich geh nochmal. Okay. Ich bin hier oben. Keine Sorge. Le Mighty Quietschen-Äntchen. Oh mein Gott. Hallo? Und die hier auch nicht. Was? Er hat mich angeschissen. Nein! Ach Scheiße! Nein! Ich wusste, dass der Anhänger leer war. Außer die eine Kiste. Hallo? 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 Du warst der Objektping, den wir die ganze Zeit gehört haben. Ich konnte mich daran erinnern, dass dieser Anhänger leer war. Alter. Dann steht plötzlich da ein Quietschen-Äntchen und eine Kiste drauf. Oh, wir sind hier hinten. Oh, wir sind hier hinten. Lass los! Lass los! Hau! Alle in und rein entfernt. Das finde ich gut. Squeeche-Äntchen-Lunch! Oh, ich hab einen Ping gehabt. Die sind sogar grad gegen die Ampel gelaufen. Wo? Hier, direkt bei mir irgendwo. Warte, alle leise, alle leise, alle leise. Ich bin so gut getarnt. Ich blende ein mit der Natur. Oh fuck! Ich hab ihn dreimal gehört. Das sieht man auch im echten Leben so eigentlich. Ich hab ihn dreimal gehört. Das ist nicht laut. Ich verschüsse. Ganz, ganz knapp neben mir. Drei Minuten noch. Ob ich das überlebe, oder? Oh, hier! Alles gut. Die schießen nur zu dritt in der Nähe von mir. Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Mama! Da ist er! Nein! Warte, warte, warte. Wo ist Danny? Ach so, ja. Da hab ich einen kleinen Tipp. Er sagte ja keiner was zu mehr. Kann ich sagen. Wem ist schwer, man kann nicht immer gewinnen. Das versteht's ja. Hat er zumindest überhaupt nicht. Oh mein Gott, hier geht's auch noch runter. Oh mein Gott, hier geht's auch noch runter. Fütter! Ah! Oh ja! Ich hab ihn! Ja! 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 Du bist alle so lieb! Ey Danny, hattest du, du hattest so'n schönen Ausblick aufs Meer, Mashallah. Ich schwör's dir. Big Mashallah, das ist so geil, das ist so slow. Halt's Maul. Oh! Halt's Maul. Oh, wieder wir! Here we go again! Wir müssen nach richtig dummen, großen Dingen Ausschau halten. Das ist Softie. Das ist safe Softie. Wo bist du denn? Komm mal her, hier, hier. Ich hab ne Idee. Wo bist du? Hier, 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 hier. Ich seh dich nicht. Rechts, rechts, links, links. 180 Grad Hündung. Komm. Du, du, du der Baum. Ja, 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 ich weiß schon. Ja, 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 ja. Scheiße. Oh, oh. Abbruch. Abbruch. Ich wollte gerade sagen, wir spotten mal. Oh, bei mir sind Steps hier irgendwo. Irgendwo wollen wir Steps. Ich höre nichts. Doch, Steps irgendwo. Hast du welche? Ja, doch. Direkt unter mir. Irgendwo hier. Ah ja. Ja, ich hab's vorhin einen Ping. Okay, ich werd niemals gefunden. Hier, das steht an meinem Eis angekleben. Nee. Na komm. Hier hinten. Irgendwas. Ey, nee, das gibt's nicht. Ach, hier. Nee. Oh, Danny. Oh, nee. Oh, scheiße Kita. Mann, wir haben's nicht gefunden. Oh, oh. Da ist ein Mensch. Hilfe. Hui. Der hat mich vorbeigelaufen. Okay, Softie ist sicher irgendwas richtig offensichtliches. Aufstelle, dass er wieder das gleich macht. Ich bin, glaube ich, das kleinste Objekt, was ich... Okay, ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Nein, 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 nein. Du schaffst das. Verlautet das nicht. Hab gemerkt. Ich hab schon ein Gutes gestrick. Ich hab schon gemerkt. Mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat über mich drüber geschossen. Ich kann mir wirklich nicht gewinnen lassen. Das wird unser Ego zerstören. Ich glaube, ich hab doch selber Objekt wie du, Softie. Äh. Ja. 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 Den musst du noch einmal finden, Danny. Ja, ich hab noch nie gefunden. Nein, Mann. Papa, bitte. Papa, bitte, Manni. Kannst du das leise? Das ist ein Sneaky Hunter. Irgendwo hier vorne, dachte ich, oder? Nein. Ah. Ja. Hä? Sie haben es nicht gesehen. Sie haben es nicht gesehen. Sie haben es nicht gesehen. Scheiße. Nein. Oh mein. Das war richtig gutes Versteck. Es war übelstes gutes Versteck. Ey, sag's uns. Ist Softie ein Baum? Nein. Softie und ich wollten Unterteil vom Baum und Baum zusammen sein. Nein, aber wir haben es nicht hinbekommen, weil das geht nicht. Vom Game aus. Okay, also ich weiß, dass sie irgendwie in einer Wasserflasche sind, irgendwas rundes und sie waren bei mir in der Nähe. Oh, nee. Irgendwas ganz, ganz kleines. Oh, ich hab gehört. Ping gehört hier bei mir. Ihr habt anscheinend drüber geschossen, aber nicht drauf. Hier ist bei mir der Ping. Ich hab jetzt keinen gehört. Ich hab gar nicht gehört. So einen gehört bist? Steps doch, irgendwo, irgendwo waren Steps hier gerade. Ich glaube hier in dem Backsteingebäude. Ist irgendwas mit einer Hantel drauf oder es ist rund? Okay, ich bleib jetzt hier. Bin ein bisschen unauffälliger. Oh mein Gott, sie sind ganz groß. Ich lauf ganz weit weg. Oh mein Gott. Ich glaub, wenn du noch 30 Sekunden... Oh mein Gott, kriegst du es vor mir. Ja, Digga, er weiß, was ich rum. Es ist so wild. So ein Hund, er war eine kleine Tasse. Ach, nur 15 Sekunden. 15? Ey, ich hab so Angst, dass ein Baum auf einem Dach steht und wir den einfach rübersehen. Nein, nein, er ist auch eine kleine Tasse und ist am Backbennen. Ich bin ein Bus. Und brumm brumm! So auf den! Ich bin rum! Ja, GG. Die letzten 30 Sekunden war ich im Bus und hab brumm brumm gemacht. Na, du hast doch im Bus am Ende? Ja. Geil. Bis wann? Wie lange habt ihr noch ungefähr so vor? Jonas, musst du wo sein? Ich muss noch weiter arbeiten. Ich hab noch 80 Bilder zu gehofft. Ah, Jonas, das geht sich aus. Stress hier nicht so rum, Jonas. Ich muss auch noch so fünf bis sieben TikToks produzieren. Noch ein TikTok für Rewe muss bis morgen noch fertig geschnitten sein. Bis morgen früh. Genau, Jonas, also müssen wir auch noch viel tun. Ja, aber ihr müsst nicht das jetzt gleich noch machen und dann morgen früh aufstehen, um dann noch körperlich hart arbeiten zu gehen, um dann entweder nach weiter... Doch, ich muss morgen... Ja, das stimmt. Ich muss morgen um 11 Uhr aber auch wo sein, Jonas? Ja, um 11 Uhr! 1 Uhr gehen wir mal! Ballkleid shoppen! Ich hab mich morgen zum Ballkleid shoppen verabredet. Okay, das ist auch körperlich anstrengend. Ich muss morgen auch noch essen, frisch körperlich. Mittagessen. Ja, das ist auch harte Arbeit, okay. Jonas, runterschrücken ist nicht so einfach, wie du denkst. Oh, Scheiße! Und dann Danny! Oh Mann! Ey, dieses Video wird so... Das wird so fett dämonetarisiert nur wegen Danny. Alles blieb, ist sehr gut. Jedes Wort, was ich sage. Wir können... Wir können... Wir können... Ich finde es schade, dass man sich nicht an Wände heften kann, wenn man so eine Wandsache ist. Wenn man so eine Wandsache ist? Äh, weil so eine Kamera einfach irgendwo an eine Wand machen, wäre schon geil. Aber... Guess. Oh mein Gott, ich bin falsch vor. Ich hab mich gerade entranten. Ich hab mich gerade entranten. Ohhhh! Let's go! Ja! Ja! Oh mein Gott! Haha! Ja! Oh mein Gott! Ich bin so tot. Ja, sind wir wohl dreistig. Ich weiß nicht. Haha! Ich hab den Rettkrieg gefunden! Hey! Oh no! Ey! Aber ey! Ich wollte einmal! Ich wollte einmal! Einmal wollte ich ins Seekerhaus rein! Chris? Wie tut so dein Briefkasten Briefkasten? Ich geb dir Geld meinem Briefkasten. Haha! Ey! Ich wollte eigentlich die ganze Zeit. Das war mein Plan. Oh no! Ihr geht weg! Ich zeig das jetzt für Content. Ich sneak mich hier rein. Geh hier rauf. Geh hier rauf. Und versteck mich hier als Karton. Nein. Er kommt zu mir. Ist ja godlike gewesen. Wär so schön gewesen. Aber nein. Ich hasse Softy so sehr. Ich hasse Softy so sehr. Ich hab ne Kiste gefunden. Und die läuft weg. Er geht einfach. Softy will Tanzparty machen. Oh ja! Ich komm! Wait! Ich bin weg! Ich bin weg! Wo ist sie? Ich mach durch den Schlüssel. Ich schieß doch nicht. Ich schieß doch nicht. Scheiße! Du 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 du. Ba 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 ba. Ey! Oh! Befolge uns jagen! Ah! Ich bin runtergefallen! Auf Gewittgebäge ichs! Ach was! War das aus? Scheiße! Ich hab zwei Leute gekillt und du hast die letzte Person gekillt. Okay. Ich hab ihm aufgefallen. Nein! Ah mein Gott! Bin ich gut! Ich hab Angst vor mir selber so gut bin ich. Oh man Junge! Digger ein von das reingehen, tippe! I don't know!